herzlich willkommen zu einer neuen folge der karte in thüringen wir testphase ob das besser ist und einfach so der probleme gehabt der software hat hier eine starke lachs ich habe den fehler gefunden das war der schmutzmutt wir waren ohne diesen fein auskürmen aber das geht auch wir haben den oberen wo er Feldarbeiten machte ob wir fliegen oder aussehen war alles in Zeitraffer so jetzt ja wir sehen aus ich versuche eine normale folge zu machen rund 80 karten wollen wir noch karten wollen wir noch das Lengung geht nicht so ja Lengung geht schon aber halt ohne Widerstand gut sie voll gut 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 So, dann den Deckel auf. Jetzt werden wir mit dem LKW fahren. Und dann lauen wir mal wieder auf. Dann fahren wir da hin, wo er dann leer wird. Dann kalkt man irgendwo leer wird. Also ich überlege mir, ups, wenn wir eine andere Grafikkarte kommen, die stärker ist, eine neue Moderne. Aber es ist aktuell noch teuer. Also die Aussage geht weiter. Übertrag halt hier gewaltig, ne? Weiß nicht was. Dann die Einschuldung vielleicht so gut. Den wollte ich zurückfahren. Und zurück. Okay. Yes. Ich war natürlich gewohnungsbedürftig hier. Okay. 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 So, dann muss ich wieder gehen. Okay. 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 Die Folge machen wir so durch. Aber besser draus. Ich klicke ja um den Test, dass man hier rausfindet, dass das hier alles so toll und wild, dass es halt gut rüberkommt. Ich werde mir das näher versagen. Ich fahre jetzt mal einen Faktor zum Hof. Und... Du warst Huckel. Können wir nicht mehr sehen. Ich schneide ganz kurz, dass ich kurz rausgehe. Kurze Pause. Jetzt machen wir weiter, ne? Okay. So... Lecker geht hier wohl nicht. Mal kurz ein... einstecken. Wenn das so funktioniert, ist das gut. So, machen wir mal die Reste aufsatzfertig. Mal kurz die Leckung bis... Zertrieren. So... Mal kurz schauen... er wurde lachen auch völlig erfolgen zumindest ist jetzt hier zehn minuten waren wir aus als fertig haben eine kleine folge das test möchte mal sehen wie laut ich rüberkoppel und der zaun vom spiel hier wird keine anzeige von der fs links ja 179 50 also lenkung und die bandini funktioniert dann bist du das natur möchte gar nicht mehr naja ich glaube zuletzt so die ecke jetzt fahren wir nach vorne mit vollgas das ist die aufnahme obs ich weiß nicht genau ob das ja c optimal läuft das muss ich auch testen das heißt kleine kleine folgen ziemlich leise jedenfalls spiel weiter geräusche das ist die autobsch das ist sich aus ich sage es das wird , ich sage ich sage es also ich höre fast nix hier, hört hier was? äh, ne ich hab auch ne Lenkung jedem Arf das ist das, zu speichern? das gibt's doch gar nicht muss ich einen aufstecken was ist das nur für ein scheiß da, schon aktivieren die wieder links und meld die auch muss ich Ich denke mal, ich fange ihn von vorne an, und dann wird er es läuft. Ich denke mal, es ist nicht mehr. Ja. 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 So meine Freunde das soll jetzt mal im Wesen sein als Test, wenn wir der Aussaat fertig. Ende für die Folge Ciao, ciao